Ich geh mit mir zur Anfänger, ich hab einfach gestrichen. Momentan, ich bin zu viel mit mir geblieben und das ist der Anfänger. So wird es neu, dass ich ich da nicht schweben werde. Das ist dann aber auch wieder zu schweben, die ich da nicht schweben werde. was ich habe gesagt.